Liebe Zuschauer, liebe Pesoten, an diesem wirklich kreislichen Sonntag, also vom Wetter draußen, hier hat es vorher geschneit und geregnet gleichzeitig, wirklich ekelhaft, da ich mir gedacht, ich entführe euch in eine wundervolle Geschichte über Londons zeitreisendem Grab. Das Eingangstor des Brompton Cemetery aufzuschwingen, das ist ein bisschen so, als würde man den Rücken eines Buches über die Geschichte Londons aufbrechen. Insgesamt sind mehr als 35.000 Gräber vorhanden von Reichen und Armen, bekannten und unbekannten Menschen. Der Brompton Cemetery ist einer der sogenannten Magnificent Seven Londons, ein Ring großer viktorianischer Friedhöfe, die auf dem Land am damaligen Stadtrand der Hauptstadt errichtet wurden, um den Druck auf die grausam überfüllten Friedhöfe und Grabstätten der stellwachsenden Stadt zu verringern. Der Kansel Green Cemetery wurde 1833 eröffnet, während der hochgotische West Norwood Cemetery bereits 1837 Bestattung akzeptierte. Der Highgate Cemetery wurde 1839 eröffnet, die Friedhöfe Abney Park, Nunhead und Brompton waren 1840 dann in Betrieb und der Tower Hamlet Cemetery wurde im Jahre 1841 eröffnet. Wenn man dann so über diesen Brompton Cemetery im Westen Londons schlendert, wird man feststellen, dass über den gotischen Gräbern, den keltischen Kreuzen und den mit Efeu umrangten Grabsteinen ein seltsames und imposantes Mausoleum aufragt. Dieses mit Abstand größte Haus des Todes erhebt sich aus einem eigenen Kreis an Land, einem Kreis an der Kreuzung von Friedhofs wegen, ein Kreis, der wie ein psychischer und symbolischer Mittelpunkt erscheint. Bevor ich hier weitermache, lasst uns doch zusammen in diesen Brompton Cemetery einmal hinschauen. Wir sehen hier London und wenn wir hier mal ein bisschen reinscrollen in das Ganze, ich werde euch den Link auch zu diesem Brompton Cemetery in die Videobeschreibung mit hineinklopfen, dann sehen wir hier unten diesen Brompton Cemetery. Wenn wir da mal näher hinscrollen, dann finden wir hier drin auch das, was ich euch heute zeigen möchte. Nehmen wir mal unser Männchen, schmeißen es mal hier hin zu dem Grab von dem, um das es mir heute geht. Hier seht ihr das, dank Google Maps. Wir können uns auch mal hier ein bisschen umdrehen. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Ihr seht das hier selber, genauso wie ich es gerade beschrieben habe. Das ist völliger Wahnsinn und wer schon mal da war, also ich war sogar schon mal da, es ist wirklich krass. Und ich finde es immer noch geil, dass man hier so drin rumschauen kann. Genau, und mir geht es heute um dieses Mausoleum. Das 1854 fertiggestellte Kurthoy-Grab ist sechs Meter hoch und besteht aus poliertem Granit und hat eine Pyramidenspitze. Die Bronze Tür trägt eine kunstvolle Inschrift, die scheinbar Hannas Initialen darstellt. Am Rand der Tür ist ein rechteckiges Band ägyptischer Hieroglyphen zu sehen und ein Schlüsselloch rundet die gewaltige Tür ab. Das Mausoleum ist mit einer Struktur gegrünt, die einer Stufenpyramide ähnelt und die Gesimse sind mit attraktiven ägyptischen Mustern geschmückt. Eine Sache, die möglicherweise die Aufmerksamkeit vom Psycho-Geografen und Okkultisten aus sich gezogen hat, ist die Tatsache, dass das Grab auf einer eigenen Art Insel steht, einem eigenen kreisförmigen Grundstück mitten an einer Kreuzung. In der Folklore sind Kreuzungen Grenzorte, wobei die Kreuzung zweier Straßen an einen Ort erinnert, an dem verschiedene Zustände oder Dimensionen aufeinandertreffen können, Leben und Tod, Diesseits und das Jenseits, vielleicht sogar verschiedene Epochen. Kreuzungen waren lange Zeit Standorte von Galgen und an diesen Kreuzungen wurden Selbstmörder begraben und magische Rituale durchgeführt. Kreuzungen galten sogar als Orte, an denen man, wie im Fall des Blues Musicers Robert Johnson, den Teufel um einen Gefallen bitten kann. Da ich vorher das Wort Psycho-Geografen erwähnt habe, möchte ich den Begriff kurz erklären. Die Psycho-Geografie untersucht, welchen Einfluss die architektonische oder geografische Umgebung auf die Wahrnehmung, das psychische Erleben und das Verhalten hat. Die Architektur, Geografie, Politik und Psychologie, die findet dort auch Einfluss. Und dieses Mausoleum sollte als letzte Ruhestätte einer Frau namens Hannah Courtois und zwei ihrer drei Töchter Mary und Elisabeth dienen. Courtois Grab ist schon allein wegen seiner imposanten Statur und kryptischen Fassade bemerkenswert. Es ist das größte und aufwendigste Bauwerk in Brompton. Aber die Geschichte hat noch mehr zu bieten. Bei den vielen Besuchern, die den Friedhof beim Mondschein besuchen und bei einer Kleingruppe Londoner Geschichtenerzähler hat der fehlende Schlüssel zu diesem Grab und der daraus resultierenden fehlenden Zugangs zu Spekulationen geführt, dass im Inneren irgendwas Seltsames vor sich geht. Und zwar, dass es sich bei diesem Mausoleum um eine Zeitmaschine handelt. Es ist eine fantastische Vorstellung, die der Londoner Musiker und Courtois Historiker Stephen Coates jedoch schnell verwirft. Es ist keine Zeitmaschine, sondern es ist eine Teleportationskammer. Um diese bizarre, urbane Legende zu verstehen, die rund um Courtois Grab berichtet wurde, erzähle ich euch heute über das äußerst kontroverse Leben der Frau, die dem Bau in Auftrag gegeben hat. Hanna Peters wurde um 1784 geboren, flohen jungen Jahren vor ihrem misshandelnden Vater und fand dann Arbeit als Haushälterin und Wirtshausangestellte. Im Jahre 1800 machte ein Freund sie mit John Courtois bekannt, einen 70-jährigen ehemaligen Perückenmacher im schlechten Gesundheitszustand, der mit dem Kreditgeschäft ein Vermögen gemacht hatte. Peters war kurzzeitig als Haushälterin angestellt. Innerhalb des Jahres brachte sie die erste von drei Töchtern zur Welt. Sie behauptete, es handelte sich um Courtois Kind, obwohl einige dies anzweifelten und vermuteten, dass der Freund, der sie Courtois vorgestellt hatte, Francis Grosso genannt, der wahre Vater gewesen sein könnte. Courtois Krankheit ist auch in historischen Berichten unklar, obwohl es angeblich die Folge einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einer Prostituierten im Jahre 1795 war. Die Courtois, der mit einem Messer verletzt worden war, zurückhaltend und unsozial machte. Offenbar wurde er mit Peters vertraut gemacht, die seinen Namen dann auch annahm und erheblichen Einfluss auf viele seiner Entscheidungen ausübte. Courtois Testament von 1810, das den Großteil seines Vermögens, einer Ex-Frau namens Mary Ann Uly und ihren fünf Kindern überließ, wurde im Jahre 1814 überarbeitet, sodass Hannah die Mehrheitsbeteiligung erhielt. Als Courtois dann im Jahre 1818 starb, war der Inhalt des Testaments umstritten, sowohl von Uly als auch von Courtois französischen Verwandten. Sie argumentierten, dass die Demenz von Courtois bessere Sinne überholt habe. Die rechtlichen Auseinandersetzungen zogen sich bis in das Jahr 1827 und als Hannah dann und ihre Töchter den Großteil von Courtois Geld erhielten. Laut dem Bericht des Autors David Godson, der in seinem 2014 erschienenen Buch Courtois Complaint, das größtenteils auf Tagebüchern der Courtois-Haushälterin Maureen Sayers basiert, führte Hannahs Drang, sich von der oft unangenehmen Courtois abzulenken, zur Entwicklung einer Freundschaft, die sich als wesentlich für ihre spätere Mythologie erweisen sollte. Wie viele Viktorianer dieser Zeit war Hannah von der ägyptischen Ikonografie, insbesondere von Hieroglyphen fasziniert. Sie glaubte, dass die Ägypter ein tiefes Verständnis der Astrologie und ihres Platzes im Universum hatten und lud den Ägyptologen Joseph Bonomi zu regelmäßigen Besuchen ein. Joseph Bonomi, der Jüngere, der wurde im Jahre 1796 in London geboren. Sein Vater, der wenig überraschend Joseph Bonomi, der Ältere hieß, war ein italienischer Einwanderer, der für seine Fähigkeiten als Architekt, Zeichner sowie als Designer von Landhäusern berühmt wurde. Ein älterer Bruder, Ignatius Bonomi, war ebenfalls ein bekannter Architekt. Joseph, der Jüngere, der als Bildhauer, Künstler, Ägyptologe und Museumskurator bekannt werden sollte, begann seine künstlerische Reise mit einem Studium an der Royal Academy. 1822 reiste er nach Rom, der Geburtsstadt seines Vaters, um dort seine Ausbildung fortzusetzen, geriet jedoch nach mehreren Monaten in Schulden und er wurde dann vom schottischen Antiquar und Ägyptologen Robert Hay gerettet, der ihm eine bescheidene Provision für die Teilnahme an einer Expedition nach Ägypten anbot. So begann eine lebenslange Faszination für Bonomi und in Ägypten zeichnete er Antiquitäten und Tempel in Räume und er erfand sogar eine Art Zeichenrahmen mit Sucher, um solche antiken Überreste genauer zu erfassen. Bonomi fertigte auch Gipsabgüsse der Reliefs, der berühmten Tempel von Kalapsha an und nach zwei Jahren bei Hay zerstritt sich Bonomi, verärgert über sein niedriges Gehalt mit ihm. Er blieb jedoch in Ägypten und lebte dann in Kairo, wo er die Exerpta Hieroglyphika des wegweisenden Ägyptologen James Burton illustrierte. Nachdem seine Finanzen durch solche Arbeiten wiederhergestellt waren, schloss sich Bonomi 1832 wieder Hay an und unternahm nach ein paar weiteren Jahren in Ägypten Touren durch Syrien und Palästina. Im Jahre 1839 steuerte er Illustrationen zu »Manners and Customs of the Ancient Egyptians« von Sir John Gardiner Wilkinson bei, einem Mann, der als Vater der britischen Ägyptologie beschrieben wird. Nach seiner Rückkehr nach England folgte Bonomi der Familientradition und widmete sich der Architektur. Er war Mitgestalter des Eingangs zum Abney Park Cemetery und sorgte dafür, dass das Tor im ägyptischen Stil erbaut wurde, komplett mit Hieroglyphen, die darauf hinwiesen, dass dieser Friedhof die Wohnstätte des sterblichen Teils des Menschen sei. Bonomi entwarf die berühmte ägyptische Fassade für die 1841 eröffnete Flaxfabrik Temple Works in Leeds und er entwarf 1850 eine ägyptische Quelle im Hartwell-Haus in Buckinghamshire für den Mathematiker, Antiquar und Numismatiker Dr. John Lee. Zwischen 1842 und 1844 nahm er an der königlichen preußischen Expedition von Karl Richard Lepsius teil, zusammen mit den Zeichnern Ernst und Max Weidenbach. Zusammen setzten sie neue Maßstäbe in der Dokumentation der pharaonischen Altertümer. Bonomi setzte seine Tätigkeit als Illustrator fort und galt als einer der geschicktesten Hieroglyphen-Reproduzenten in Großbritannien. Er veröffentlichte Bücher über Ägypten, Nubien und Äthiopien, illustriert mit seinem eigenen Zeichnung und schrieb vielbeachtete Werke über Obelisken und andere ägyptische Denkmäler. Er stellte auch viele ägyptische Sammlungen zusammen und illustrierte sie darunter die des Ägyptologen Samuel Birch, der eine Hieroglyphen-Grammatik und ein Wörterbuch erstellte und das Buch der Toten übersetzte. Zusammen mit dem Architekten Owen Jones errichtete Bonomi den ägyptischen Hof im spektakulären Crystal Palace, welcher 1854, nachdem dort die Weltausstellung von 1851 untergebracht war, in Seidenham im Süden Londons wieder aufgebaut wurde. Bonomi half auch bei der Anordnung der ägyptischen Ausstellung und er besuchte das British Museum und wurde 1861 Kurator des Sir John Soames Museums. Joseph Bonomi, der Jüngere, starb im März 1878 und wurde auf dem Brompton Cemetery beigesetzt. Und dieser Bonomi, meine lieben Zuschauer, Episoden und die Hannah, die verbrachten Stunden damit über ägyptische Überlieferungen zu diskutieren, wobei Hannah hoffte, eines Tages Bonomis Expedition nach Ägypten finanzieren zu können, damit er weiter die Arbeit der Ägypter studieren kann. Die beiden ließen auch ein 175 Fuß oder 53,34 Meter hohes Denkmal zu Ehren des Herzogs von Wellington errichten und bestanden auch darauf, dass die Skulptur einem ägyptischen Obelisken ähneln sollte. Als Hannah dann im Jahre 1849 starb, sollten ihre sterblichen Überreste in einem teuren, kunstvollen Mausoleum im Brompton beigesetzt werden, das ihren Interessen Tribut sollte. Bonomi ließ das Grab mit ägyptischen Schriftzeichen und einer Pyramidenspitze versehen. Esoteriker haben auch darauf hingewiesen, dass das Grab neben den Hieroglyphen auch seltsame Verzerrung trägt. An der Unterseite der Tür befinden sich radartige Motive, von denen einige behaupten, sie seien Symbole oder Bestandteile dieser Zeitmaschine. Hoch oben an den Wänden, an allen vier Seiten des Grabes, befinden sich große kreisförmige Löcher und jedes davon enthält etwas, das wie eine Glaskugel aussieht und jedes hat acht kleine Löcher in einem Ring um sich herum. Manche sagen, diese Muster ähneln Uhren oder Zifferblättern, andere behaupten, die Glaskugeln seien Kristalle, die diese Zeitmaschine antreiben. Noch mehr Enthusiasten behaupten, dass die Löcher die Energie der Sonne outensaugen oder in irgendeiner Weise mit Bonomis Erkundung des Okkulten in Verbindung stehen. Später schlossen sich ihr Mary und Elisabeth an, die vor einer Heirat zurückschreckten, weil sie nicht wollten, dass Männer hinter ihrem Reichtum herjagten. Hannas andere Tochter Susanna, die den Rechtsanwalt Septimus Holmes-Gotzen heiratete, ist an anderer Stelle auf dem Brompton Cemetery begraben. Bonomi verstarb, wie vorher schon erwähnt, im Jahre 1878 und sein Grabstein ist recht bescheiden, vor allem im Vergleich zum prunkvollen Keutoi-Mausoleum. Oben sind die christlichen Symbole eines Kreuzes und die griechischen Buchstaben Alpha und Omega zu sehen, aber weiter unten wird es deutlich ägyptischer. Am Fuße des Steins befindet sich eine Gravur der ägyptischen Gottheit Anubis, des schakalköpfigen Gottes des Todes, der Mumifizierung, der Einbalsamierung, der Gräber, Friedhöfe und des Jenseits. Es gibt zwei faszinierende Dinge an der Darstellung der Gottheit. Eine davon ist, dass der Gott in Richtung des Keutoi-Grabes blickt. Das andere ist, dass Anubis auf einer Art Struktur oder Sockel positioniert ist. Einige haben auf die Ähnlichkeit dieses Gebäudes mit dem Keutoi-Mausoleum hingewiesen. Auch wenn die Abmessungen von Anubis-Sockel nicht ganz mit der Trapezform des Keutoi-Grabes übereinstimmen, muss man zugeben, wenn man nur ein wenig Fantasie in sein Denken einfließen lässt, dass die Ähnlichkeit gelinde gesagt schon sehr interessant ist. Die Dinge in Brompton schienen für die nächsten fast 100 Jahre beim Status Quo zu bleiben. Dann etwa 1980 ging der Schlüssel zum Grab nach einem Besuch von Hannas Verwandten verloren. Und da nahmen die Dinge eine seltsame Wendung. Um das Interesse der Leser an Halloween zu wecken, schrieb die Associated Press Reporterin Helen Smith im Oktober 1998 einen Artikel, der möglicherweise der erste Mainstream-Artikel war, der die Theorie ausstellte, dass Keutoi-Grab tatsächlich eine Zeitmaschine sein könnte. Smith beschrieb das Denkmal als seltsames, imposantes Bauwerk, das drei Jungfern enthält, über die fast nichts bekannt ist, und nannte einen ungenannten Autor namens Howard Webster als Urheber der Geschichte. Webster behauptete, seine Recherchen hätten eine Verbindung zwischen Bonomi und Samuel Alfred Warner ans Licht gebracht. Einem einzelgängerischen viktorianischen Genie und Betrüger, der angeblich versucht haben soll, die britischen Streitkräfte für mehrere fortschrittliche Waffen zu interessieren. Waffen, die eigentlich viel zu fortschrittlich waren, um tatsächlich zu existieren. Samuel Alfred Warner wurde im Jahre 1793 in Heafield in East Sussex geboren und es wurde gemunkelt, dass sein Vater William ein Zimmermann nebenberuflich Schmuggel betrieben hatte. Über Samuels frühes Leben ist wenig bekannt, aber im Jahre 1819 scheint er mit einem Londoner Chemiker an einem Sprengstoff gearbeitet zu haben. Eine Zeit lang diente er König Pedro I. von Brasilien und nach seiner Rückkehr nach England gelang es ihm, das Interesse von König William IV. zu wecken, indem er behauptete, er habe Geheimwaffen erfunden. Warner behauptete, er habe ab etwa 1830 zwei verblüffende Innovationen hervorgebracht. Eines war das, was er als unsichtbare Hülle bezeichnete, eine Art hochexplosive Unterwassermine oder Torpedo, nicht größer als ein Entenei. Die andere nannte er Long Range, bei der es sich offenbar um einen Ballon handelte, der die unsichtbaren Granaten automatisch abwarf. Warner scheint in Zusammenarbeit mit Charles Green, einem Pionier der Heißluftballons, einen erfolglosen Versuch mit diesen Waffen versucht zu haben. Unbeeindruckt machte Warner weiter und führte eine Demonstration auf MSI in Essex durch, die vom Premierminister Sir Robert Peel beobachtet wurde. Eine Demonstration, bei der ein Boot in die Luft gesprengt wurde. Die Regierung war neugierig und es wurden Ausschüsse eingesetzt, die Warners Erfindung untersuchen sollten. Das Problem bestand darin, dass Warner sich bei der Befragung durch die Ausschüsse weigerte, Einzelheiten zu seinen Spielereien preiszugeben, bis ihm eine Zahlung von jeweils 200.000 Pfund zugesichert worden war. Eine für die damalige Zeit wirklich erstaunliche Summe. Warner, der heute von vielen als Charlatan angesehen wird, verkomplizierte die Sache noch weiter, indem er behauptete, er habe während der Napoleonischen Kriege unter seinem Vater auf einem von der britischen Regierung zu Spionagezwecken gescharteten Schiff gedient und mit seinem Erfindung zwei feindliche Schiffe zerstört. Er lieferte keinen Beweis für diese von Anachronismen geprägten Erzählungen. Dennoch wurde 1844 im Ärmelkanal vor Brighton ein weiterer Versuch mit Warners Geräten arrangiert. Eine beträchtliche Menschenmenge sah zu, wie ein anderes Schiff zerstört wurde. Aber die Beamten meinten, sie könnten nicht feststellen, was genau die Ursache dafür gewesen sei. Skeptiker vermuteten, dass Warner vom Beginn der Demonstration Sprengstoff an einem bereits geschwächten Schiff angebracht hatte. Das Establishment verlor jedoch nicht das Vertrauen in Warners Geräte und 1852 ernannte das House of Lords einem weiteren Ausschuss, der seine Behauptung prüfen sollte. Nachdem dieses Komitee jedoch nur eine Woche lang bestanden hatte, beschloss der Herzog von Wellington, dass die Angelegenheit von militärischer Bedeutung sei und dies vom Ordinance Department untersucht werden muss. Die Verordnungsabteilung scheint jedoch keine Nachforschung angestellt zu haben und die offizielle Begeisterung für Warners Ideen war verflogen. Anfang Dezember 1853 starb Warner unter ungeklärten Umständen und hinterließ eine Witwe und sieben Kinder. Die Tatsache, dass er in einem nicht gekennzeichneten Grab begraben wurde, zeigt, dass er mit seinen angeblich revolutionären Erfindungen, wenn überhaupt, wenig Geld verdient hatte. Webster vermutet, dass Warners erfinderische Fähigkeiten ihn dazu veranlasst haben könnten, mit Bonomi zusammenzuarbeiten, der angeblich Kenntnisse über die ägyptischen Zeitreisetheorien hatte. Gemeinsam überzeugten die beiden, die reiche Hannah, die Finanzierung ihres geheimen Projektes an. Bonomi lieferte alte Weisheiten und Warner fügte seine bahnbrechenden wissenschaftlichen Ressourcen hinzu. In dem Warner sein Gerät auf einem Friedhof platzierte, konnte er garantieren, dass die Struktur über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte hinweg kaum gestört werden würde und ermöglichte ihm so die Rückkehr nach London, nachdem er immer wieder durch die Zeit gereist war. Das Fehlen des Schlüssels war für Websters Geschichte von entscheidender Bedeutung. Da dieser verloren gegangen war und seit Jahren niemand mehr darin gewesen war, könnte man argumentieren, dass Warner sich vielleicht auf eine ähnliche Weise wie ein Insasse des Tadis beschäftigte und von einer Ära zur nächsten sprang, während Hannah und ihre Familie entweder begraben waren oder ganz woanders begraben liegen. Webster behauptet auch, dass Pläne für das Grab fehlen, was bei anderen Denkmälern im Brompton eher selten der Fall ist. Die Geschichte spudelte im Laufe der Jahre immer wieder an die Oberfläche. Im Jahr 2003 zeigte ein Albumkoffer des Musikers Drew Mulholland das Grab und seine unheimliche Struktur, was erneutes Interesse weckte. Im Jahr 2011 stieß Coates, ein Musiker der Band Real Tuesday Weld, auf die Theorie und war fasziniert. Er schrieb in seinem Blog einen Beitrag, in dem er postulierte, dass das Kolthal Grab kein Mittel zur Zeitreise sei, sondern dass Warner über die Technologie verfügte, Torpedos zu teleportieren und dass er dieses Framework später übernommen habe, um eine Reihe von Teleportationskammern in und um die Magnificent Seven zu entwickeln. Es war eine Möglichkeit, sich in der Stadt fortzubewegen, sagte Coates. Warner und Bonomi arbeiteten gemeinsam an der okkulten Theorie und Wissenschaft des alten Ägypten. Ich habe das auf meinem Blog gepostet und es begann, ein Eigenleben zu entwickeln. Coates Prämisse ist eine angemessene Studie darüber, wie sich eine urbane Legende verbreiten kann. Da der Schlüssel immer noch fehlt, war es unmöglich, die Idee der Teleportation wirklich präzise zu widerlegen. Und die Mythologie ließ viele Spekulationen so. Wurde Warner, der 1848 starb, getötet, weil er zu viel über revolutionäre Technologie wusste? Warum dauerte die Fertigstellung des Grabes nach Hannas Tod noch vier Jahre? Was bedeutet, dass sie erst im Jahre 1853 diese oder ihr Mausoleum als Leiche dann betreten durfte? Wurde Hanna von den beiden übers Ohr gehauen, um eine ihrer Meinung nach bahnbrechende Art des Reisens zu finanzieren? Es wurde, sagt Coates, eine der Mythen der Stadt und im Jahr 2015 veröffentlichte der Independent eine Reportage, in der er seinen Glauben beschrieb und ihn mit den Aktivitäten von Ray Godson, einem Nachkommen von Hanna Koltoy, kontrastierte, der lediglich Zugang zum Grab haben wollte, um seiner Ur-Ur-Großmutter seinen Respekt zu erweisen. Das Feature erschien gerade, als Coates damit beschäftigt war, Besuchergruppen zu organisieren, die mit Erlaubnis des Friedhofs kommen und sich die Legende von Koltoy, Bonomi und Warner anhören konnten, während sie mitten in der Nacht in der Nähe des Grabes standen. Es kann schwierig sein, diesen Coates in die Enge zu treiben, um eine genaue Antwort darauf zu bekommen, ob er an seine fantasievolle Hypothese über die Ruhestätte von Hanna Koltoy glaubt. Als er zum letzten Mal für ein Interview kontaktiert wurde, da stimmte er zu und erwähnte, dass er die gesamte Idee des Teleportationssystems als Hintergrund für eine Kurzgeschichte entwickelt hatte. Im Gespräch präsentierte er das Teleportationsportal als eine Möglichkeit für die Menschen, sich eine eigene Meinung darüber zu bilden, was das Grab denn enthalten könnte. Ein oder zwei Atemzüge später äußerte er Zweifel daran, dass Hannas Töchter dort noch begraben sein könnten, bevor er sich fragt, ob das Mausoleum möglicherweise eine geheime unterirdische Kammer beherbergt. Es sind alles alternative Theorien, die auf historischen Fakten basieren, sagt er in einem Telefonat. Performancekunst oder nicht, die Aufmerksamkeit hat das Bewusstsein für die Bemühungen des Friedhofs geschärft, Gelder für eine flächendeckende Renovierung zu beschaffen. Kürtels Grab wurde im Jahr 2009 teilweise auf Vordermann gebracht, nachdem sich halternde, frostrissige Granitbrocken von der Seite lösten. Die Kosten wurden teilweise von einer Familienstiftung übernommen. Und auf die Frage, ob die Mitternachtswachen und Besichtigungstouristen störend waren, antworteten Beamte von Brompton, leiten sie doch die Fragen direkt an Coates weiter, der offenbar der inoffizielle Sprecher für alle Fragen rund um molekulare Störungen und ägyptisches Teleportieren geworden sei. Es ist nichts, was sie selber bewerben, also der Friedhof, sagt Coates. Sie heißen die Menschen, die kommen, sehr willkommen. Und wenn sie nur einfach Respekt zeigen. Und die Naturschutzbemühungen, die laufen schon seit Jahren und die Veranstaltungen tragen dazu bei. Bei der letzten von Coates organisierten Show, da kostete die Eintrittskarte zwischen 6 bis 8 Pfund, wobei ein Viertel des Erlöses für den Wiederaufbau des Friedhofs gespendet wurde. Wie viele Leute nach der Herstellung eines Ersatzschlüssels zu Besuch kommen werden, ist eine andere Frage. Sowohl Coates als auch ein Historiker des Brompton Cemetery namens Arthur Tide sagen, dass derzeitige Anstrengungen unternommen werden, einen Ersatz herzustellen, damit Hannas Verwandte Zugang zum Grabe halten. Würde das vermeintlich gewöhnliche Interieur nach einer anfänglichen Neugierde nicht das Interesse dämpfen? Wenn man es öffnet, stellt man möglicherweise nicht fest, dass es sich nicht um eine Zeitmaschine handelt, entgegnet Coates. Es könnte das Geheimnis nur noch vertiefen. Er vermutet tatsächlich, auch wenn es sich vielleicht herausstellt, dass das Innere des Grabes des eines gewöhnlichen Mausoleums ähnelt, dass die wirklichen interessanten Dinge in einer geheimen unterirdischen Kammer verborgen sein könnten. Und der nächste Schritt wäre dann, Zugang zu dieser Kammer zu erhalten. Ich finde diesen Coates ganz witzig und ich fand diese Geschichte um das Grab von Hanna Kurthoy so interessant, dass ich mir gedacht habe, ich muss euch davon erzählen. Es würde mich interessieren, ob jemand diese Geschichte schon kannte oder ob jemand, so wie ich auch schon im Brompton an diesem Friedhof, an diesem Grab vorbeigeschlendert ist und sich überlegt hat, ob da irgendwie etwas Wahres dran ist, kann es wirklich eine Teleportationskammer sein oder sogar eine Zeitmaschine, die damals von Bonomi und seinem Freund Warner da erfunden wurde. Schreibt es mir bitte in die Kommentare und ich hoffe, ich konnte euch an diesem wirklich verregneten und wirklich ekelhaften Sonntag da draußen ein wenig die Stimmung aufheitern und wünsche euch somit noch einen schönen Sonntagabend. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen, sowie ein Abo, falls ihr noch keines abgeschlossen habt. Wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, ihr aber immer noch am Lauschen seid, herzlichen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit und wir alle hören uns bei meinem nächsten Video. Also, macht's das gut, euer Peso. Servus. 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 Vielen Dank.